hallo und schön dass ihr wieder dabei seid es gibt was zu feiern und zwar das zweijährige jubiläum von luminar neo und wie sich das für einen richtigen geburtstag gehört gibt es auch geschenke aber in dem fall nicht für skydum sondern skydum hat geschenke für alle luminar neo user und die findet ihr in eurem skydum account wir haben uns zu dem jubiläum natürlich auch was überlegt und zwar starten wir wieder eine mitmachaktion das kennt ihr ja schon von uns und natürlich gibt es auch diesmal wieder was zu gewinnen und zwar diesmal nicht nur von uns sondern auch skydum hat preise locker gemacht denn gewinnen könnt ihr zehnmal unser preset pack abwechslungsreiche beleuchtung und von skydum zehnmal das preset pack makro forest und jetzt haltet euch fest außerdem verlosen wir noch fünf jahres abos für luminar neo wie ihr mitmachen und die preise gewinnen könnt das sage ich euch gleich wir wollen dieses jubiläum aber auch dazu nutzen um das letzte jahr mal revue passieren zu lassen denn natürlich ist luminar neo auch in seinem zweiten jahr wieder ganz ordentlich gewachsen es gab in diesem ein jahr sage und schreibe 13 updates kleinere und größere das ist eine ganze menge und das zeigt finde ich dass skydum am ball bleibt obwohl aufgrund des ukraine kriegs immer noch viele mitarbeiter über den gesamten erdball verteilt sind in diesen ganzen updates wurden nicht nur verbesserungen an der stabilität und der performance des programms gemacht sondern es kamen auch neue funktionen wie zum beispiel die erweiterung panorama stitching eine wie ich finde echt tolle erweiterung mit der man nicht nur vertikale und horizontale panoramen rechnen sondern auch panoramen aus videos erstellen kann das tolle dabei ist dass man in dem video verlauf festlegen kann wo ein objekt zu sehen sein soll und dieses dann sogar mehrfach erscheinen lassen kann dann sind in dem letzten jahr natürlich auch neue werkzeuge gekommen darunter auch ein werkzeug auf das ich händeringend gewartet habe nämlich weich zeichnen aber mit dem werkzeug weich zeichnen kann man nicht nur endlich so was wie den hamilton effekt erzeugen sondern damit kann man auch bewegungsunschärfen und damit dynamik in bilder zaubern und es hat sogar noch eine tilt shift funktion mit der man in fotos zum beispiel einen miniatur effekt erzeugen kann dann kam im porträtbereich das werkzeug studiolicht und auch dieses werkzeug kann man nicht nur für porträts einsetzen sondern es kann auch in allen anderen genres der fotografie tolle lichteffekte erzeugen seit september letzten jahres gibt es nun auch noch das kreative werkzeug neon und schein mit dem man futuristische neon und leuchteffekte in fotos erzeugen kann ein monat später kam dann auch noch diese komplett neue art von werkzeugen nämlich die generativen werkzeuge dazu ich denke ihr wisst wovon ich spreche nämlich generatives löschen generativer tausch und generierte erweiterung wie bei allen neuen technologien holpert es auch hier am anfang noch ein bisschen damit will ich sagen dass diese werkzeuge bei denen die kai neue dinge generieren soll auf alle fälle noch dazu lernen muss damit das auch wirklich jedes mal nicht nur gut sondern auch schnell funktioniert da ist auf alle fälle noch ein bisschen luft nach oben ich bin da aber ganz guter hoffnung denn wenn ich mir den werdegang des werkzeugs himmel austauschen anschaue hat auch das im laufe der zeit ordentlich dazugelernt und funktioniert heute super gut ich für meinen teil arbeite auf alle fälle sehr sehr gerne mit luminar neo freue ich mich jedes mal darüber wie schnell und einfach ich zu guten bildergebnissen komme und ich hoffe das merkt man auch an den videos die wir machen wie viel spaß wir damit haben so kommen wir aber mal zu unserer mitmach aktion und zur verlosung wenn ihr daran teilnehmen wollt schickt uns bitte einfach euer schönstes landschafts foto aus den letzten zwei jahren wegen zweijährigem jubiläum und so wir bewerten die bilder nicht machen also auch kein ranking und verteilen danach die preise sondern die werden unter allen teilnehmenden ausgelost uns ist wichtig dass alle teilnehmen können egal auf welchem foto level ihr gerade seid denn es geht uns ja allen um den spaß an der fotografie wir machen dann wieder ein video mit einer art online galerie daraus das kennt ihr ja schon aus unseren anderen mitmach aktionen sämtliche infos zur mitmach aktion findet ihr wie immer unten in der video beschreibung natürlich gibt es zum zweiten jahrestag von luminar neo auch besondere angebote von skylimm zum beispiel gibt es das jahres abo plus ein jahr x mitgliedschaft und obendrein noch die anniversary collection mit 15 verschiedenen latz himmels paketen und presets für sage und schreibe 59 euro es gibt natürlich auch noch einige andere angebote den link dazu findet ihr auch wieder unten in der video beschreibung damit aber noch nicht genug zusätzlich haben wir auch noch einen 20 prozent rabattcode für euch wir hoffen dass ganz viele von euch an der mitmach aktion teilnehmen auf alle fälle wünschen wir euch viel glück und natürlich freuen wir uns schon auf eure tollen bilder so bitte vergesst nicht eure geschenke in eurem skylimm account abzuholen und lasst gerne ein like da nicht vergessen hier oben den kanal zu abonnieren und die glocke zu aktivieren hier oben geht es zu unserem luminar neo handbuch und hier unten findet ihr weitere videos von uns wir sehen uns im nächsten video bis dahin ciao